willkommen zu einer folge badwars mit dabei stein möchten und wir haben heute ein challenge geht direkt los mit mit f5 spiel heute oh gott das ist so scheiße ich habe schon gar mehr gedacht wir machen heute ein challenge irgendwie uns langweilig mal normal zu spielen aber eine challenge machen so finde ich witzig ich glaube ich schwierig auch mit sich daran zu bauen ob das möglich ist aber ich spiele bei 111 erst mal wie bei miteinander weil sonst die andere leute ist halt ich sogar so bauen alter sich rüber bauen das geht doch das geht eigentlich aber schick alter alter ich sehe gerade gar nichts mir geht es eigentlich brauchst du schon immer rüber es geht das ist eigentlich ein total leicht überbauen sagen dies nicht dass er bleibt nichts ist die klasse loslassen das ist keine gute idee gibts deine mittel ganz ruhig ich kann jetzt muss man sich übelst konservieren das ist doch konservierter ich wollte gerade eine 5 raus machen außer sehen das ist so schwer sagt es ist so schwer egal wie kurz die grunde sollte wir nehmen die so gar wie kurz die ist wir nehmen die so die ich kann gerade kein einsammeln leckts bei mir zufälligerweise mir das nicht ja nice ja bei mir schon etwas ich habe einen ping von 400 ja das ist natürlich nicht ja jetzt hat sie stabilisiert gut ja und wir hast auch einen balken nur passt ja ich weiß noch nicht was los ist ich kann aber auch meinen bogen dann schießen ja oh scheiße sag mal wie soll meinen bogen bitte schon schießen ok ja ich hoffe kein bogen kommst du gleich von hinten hier ich komme gleich von hinten und töte dich wie das Assisino ja logisch so macht er das jetzt ich bin anders als Assisino mal das machen so Assisino da brauche ich jetzt erstmal mein Bett ein safe is safe ja mach das mal das Bett hier oben ich brauche noch ein Eisen ich bin blank, hab kein Geld mehr auf der... wieso sehe ich jetzt krass oh man gott, definitiv Langeweile ja, ich bin der Kevin, hab Langeweile, will zocken und ja ja, ich bin der Manuel ja, ich bin der Manuel ja, ich bin der Manuel ja, weite Blöcke das, hab ich was für Essmampfen sowas habe ich genug zack boah, es ist so schwierig, man sieht einfach gar nichts mit der 5 hm ich brauche halt, ich will automatisch mein 5, wo du kommst oh, ich komme oh, ich kann ja gar nicht wohnen mit der 5 ja, jetzt rennt er zu seinem Bett ich seh nix ja, jetzt unauffällig dabei hab ich nur das Lost Equip überhaupt aber passt schon jetzt leakst du glaub ich auch ich seh dich zumindest nicht mehr hm 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 ich bin kurz am tot ich mein nix kein Skorade noch gesehen komm oh man, das ist so scheiße, ne ich sag's dir ach so, ich vielleicht oh, ich brauche noch mal ich brauche Essen, Alter ich brauche Essen na, ova ja, 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 jetzt camp, Alter was soll ich sonst machen nicht campen ja, nice, ok NEIN, du hast gewonnen, du hast gewonnen ganz, ganz knapp ich hab ganz knapp aber ich hab keine Spitzhacke dabei ist das Problem ah, hier war das Bett, ne gut, dann wahrscheinlich kommt der hier gleich mit einer Spitzhacke ja, ok, jetzt rennt er zu mir rüber in die ich kann keine Flecke na, scheiße aber jetzt hab ich mich eingebaut scheiße scheiße, ich hab nicht ach man, das ist so eine scheiße gut, dann kümmern ich mich jetzt in deiner aber es passt auch auf jeden Fall mal was essen wenn ich jetzt unterfalle wenn ich jetzt unterfalle, ne das wird sich mit der probiert das wird sich, nein ich kriegst jetzt in meinem Baisen und kommst rüber wie scheiße, hast du bitte schon am Weg gebaut ich hab keine mh äh, wie ich brauche Eisenbräuch für Baisen kann man sogar bei Bogen eigentlich so schießen? ich weiß es nicht ich probiere es auch gar nicht aus wieso nicht wenn die ausmösen ja, weil es unnötig ist auch unnötig 5,4,3,2,1 willkommen bei Sky ehh, bei Möhrchen zuhause ich hab mein Wettbeirungs eingestellt was, nein! du bist doch hier ich hab's gar nicht gesehen ich hab's gar nicht gesehen ich hab's gar nicht gesehen oh ich hab's gar nicht gesehen oh ich hab auch ein Ball oooooooh naja, Leute kurz und knackig ähm, ich möchte's auch nicht mehr für mich zu lange halten das auf jeden fall leute ich sag's euch wenn es wollt wenn es wohl das gibt auf jeden fall rache auf jeden fall wenn es wohl leute wenn du es auch möchtest wir machen auf jeden fall irgendwann mal eine revanche das sind auf jeden fall eine revanche vielleicht eine andere stelle die gleiche könnte auf jeden fall einen kommentar schreiben wie sich gefallen hat halt die challenge ob ich die idee für den challenge vielleicht gut findet ist ein bisschen nachgemacht von anderen aber wir können ja immer andere stelle ich konnte auch keine kommentare schreiben irgendwelche einfällt wenn ich hinein das auf jeden drei leute und jetzt vielleicht noch was sagen